Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel-Film und zwar She Sees Red. Ja, hier ist es jetzt wieder so wie beim letzten Mal auch mit The Company, dass ein ganzer Film im Endeffekt abläuft und wir dann selber entscheiden können, wie wir handeln wollen und dementsprechend auch den Film in eine gewisse Richtung lenken können. Ich habe diesen Begleitkommentar hier jetzt im Nachhinein aufgenommen, deswegen kann ich euch schon mal sagen, dass es sehr, sehr spannend wird. Allerdings auch ziemlich blutig wird, soweit ich weiß, ist der Film auch erst ab 18 freigegeben. Ich meine, ich habe ich irgendwo im Trailer gesehen, das nur als kleinen Kommentar für alle, die halt nicht so einen robusten Magen haben, beziehungsweise die noch jünger sind, die sollten jetzt definitiv abschalten. Allen anderen wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Spaß. Kleine Info noch, ich habe den Film in zwei Varianten aufgenommen. Im Folgenden seht ihr die Variante 1 und im nächsten Video, was dann wahrscheinlich morgen veröffentlicht wird, seht ihr dann die Variante 2. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, beide Varianten anzugucken, weil es werden einige Dinge gelöst, die in der ersten Variante nur so angeschnitten werden, die man vielleicht nicht ganz versteht. Es kommen noch Dinge hinzu, also 10 hinzu, die noch einiges erklären. Und der Film ist schätzungsweise zu 40, 50 Prozent eigentlich komplett anders als der erste Teil. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Variante 1 und ja, wir hören uns dann ganz am Ende von Variante 2 nochmal wieder mit einer kleinen Zusammenfassung, beziehungsweise mit meinem Kommentar zu diesem Gameplay. Viel Spaß! Achtung! Ihr beginnt den ersten Durchlauf. Verschiedene Entscheidungen führen zu verschiedenen Geschichtsteilen. Für die Enthüllung der Geschichte empfehlen wir, den Film mindestens zweimal anzusehen. Verschiedene Entscheidungen führen zu Beginn. Tja, 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 Tja Tja, Tja, Tja Tja, Tja Tja, 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 Tja 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 Bist du ernsthaft? Nur weil ich das Club habe, du denkst, ich ein schlechtes Mann, ist das richtig? Nein. Nur der Typ, der verletzt die Schmerzen hinterher. Bist du mir sagen, ich sollte meinen Bewerber nennen? Nein, noch nicht. Aber du hast ein Recht, um zu tun. Das alles beginnt zu machen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Can you tell me where I can find the restroom? Restroom, okay. See right over there? See the gate? Behind the pink pool. Can you show me? Huh? Can you show me? Okay, but quick. Can you show me? Bis zum nächsten Mal. Someone was walking towards him. This someone was clearly part of my staff. My guys wouldn't let him go without a fight. What? 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 Let him go. Das ist alles. Gott, verdammt. Vielen Dank. Where? In der Storch-Rolle von der Dance-Floor. Mr. Suhanov, wir haben sich auf... Hey, hey, hey! Ich habe gesagt, wir haben sich auf, dass ein Mann in deinem Club wurde. Das ist ein Mann in deinem Club. Es sieht aus wie er stand ... Right hier, behind his back. Ihr seht euch mit amateurs. Wait, you idiot. Can't you tell it's not ready yet? I don't know. Mike, that's not it. He needs more sauce. Let me answer. Do we have more orders? Just this one. Wonderful. There. That's better. Hey, Toothpick. You have a cigarette for me? I only have one left. Perfect. I only need one. Just making sure you don't get cancer. Oh, look at that. Damn it. Oh, my God. Musik Wir haben nicht jemanden gesehen. Wir sahen Sergej von Sicherheit über eine Stunde vor, das ist alles. Mehr als eine halbe Stunde, glaube ich. Er hat nichts gesagt? Er hat gesagt, dass jemand die Lichtbülle neben der Klinik-Bülle gelegt hat. Er hat uns zu verändern. Keine Ahnung, die zwei von Ihnen gehen, oder? Nun, heute ist Tuesday. Es ist ein sehr kaltes Tag. Es ist nur ein paar von uns arbeiten. Wer würde nachdenken? Hey, move it! Stop! What? Hi, da. What's going on here? The stupid fucker destroyed the kitchen! It wasn't me! Asshole! I spent half an hour looking for him. We should look for another corpse. Can't du? I can't. Sch До kaltes? Ich如果 bin mir da, dann muss man oder? In der 아니고ory geht's und ma benefit sie dabei. Hole da, dann läuft los. Ich arme jetzt Ihren. Someone was standing here. Sergei! Did he hide under this table? Yeah. Let's find the bodies. Where are they? Huh? I don't know. Do you know anything, asshole? You're useless. You don't see shit. It looks like he wasn't planning to go through the kitchen. Can you tell me where is your freezer? He didn't want to raise suspicion from what I see. So he wiped off the blood. Yeah, they're both there. And also, Yana. I don't know what to do. One of the things you can hear from you. Oh, you're welcome. Where are you going? To my daughter. Who is Maxim? The one who's chilling in the freezer now. We should probably head back. There's only one way out of here. Through the warehouse. On this picture, there's a young man standing next to your daughter. Who is he? As you can see, my daughter is young and beautiful. There's always a bunch of guys that want to hang out with her. I need you to go and check the stash while I distract her. Do you keep newspaper clippings about all of her suitors? Father called today. Father called today. Next time around, you'll have to take even more with you. Sounds good. Well, Yana's been in charge of the club. She's been the manager here for several months now. Are you going to need her phone number? There's no use. She's not answering anyway. Don't worry. We'll ask her about this newspaper clippings. When she calls back. Mr. Suhanov. I believe that the time has come for you to contact your lawyer. Hey, boss. Where's the gun? Get down! Away from the window! He's close by. Close all the blinds. Lock the door. Lock the door. Das war's. 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 Oh, fuck. I'll finish him. Das war's. 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 Ich bedankt.